Die allgemeine Formulierung eines Carry-Souths geht so etwa wie von A nach B bis zu einem Termin. A ist eine Voraussetzung und B ist ein Ergebnis. Zum Beispiel A ist ein Marktanteil von 20%. Wir wollen B und zwar 22%. Und das soll in einem Monat erreicht werden. Das ist doch einfach, oder? Was wäre A und B in dem Kontext, wo du tätig bist? Beginne mit der Zeitskala und dem Objective. Arbeite rückwärts in der Zeit. Was brauchst du für den letzten Schliff? Was sind die Voraussetzungen für den letzten Schliff? Das ist dein A, B ist das Ergebnis dieses letzten Schliffs. Jetzt noch die richtige Formulierung für A und B. Trage die Voraussetzung, das A, rein und versuche eine Zahl damit zu verbinden. Hauptsache die Voraussetzung bei dem Beginn der Arbeiten, lässt sich messen. Ebenso das Ergebnis B, wenn die Arbeiten fertiggestellt sind. Daran messen wir den Fortschritt. Oft verketten sich die Carry-Souths, indem die Ergebnisse eines Carry-Souths die Voraussetzungen seines Nachfolgers sind. Navigiere jetzt mit deinem Team zum Board und versuche die Carry-Souths zu erstellen. Zusammenarbeit macht stark und innovativ. Das Board macht es möglich. Ihr seid fertig mit der Beschreibung der Carry-Souths, wenn sie einen Plan von heute bis zum Ziel darstellen. Wenn alle Carry-Souths erreicht sind, dann sollte auch das Ziel, also das Objective, erreicht sein.